Ich würde gerne nochmal hier rein. Möglicherweise habe ich vor der Aufnahme was erledigt. Wenn man hier mal so hinguckt. Aber anderes Thema. So. Ich würde gerne nur ein bisschen durchschauen. Jo. Mach mal. Dann hier würde ich gerne da. Dann hier einmal das hier. So. Und dann einmal hier. Muss sein. Es tut mir leid. So. Und nochmal. So. Gucken wir mal weiter. Betriebssystem. Die Frage ist halt. Ob das Ding hier am geilsten ist von allen. Man kann halt nicht sehen. Wie viele Dinge der hier hat. Wie viele Punkte der kriegt. Fünf ikonisch. Ist das nicht der gleiche? Ne. Ist nicht der gleiche. Den habe ich gekauft und den hier nicht. Egal. Ich lasse das mal. Thermale Mantis klingen. Ich glaube die können wir behalten oder? Ich glaube da kann man nicht so viel mehr machen. Die behalten wir mal. Würde ich behaupten. So. Gesicht. Kiroshi Optik. Cocktrice. Was macht das für einen Unterschied? Das Ding ist schon geiler, ne? Was wir jetzt gerade drin haben. Würde ich behaupten. Orakel. Orakel. Gucken wir gleich nochmal. Den hier würde ich gerne einbauen. Panzerung. Gucken wir mal da drauf. Ne. Das kommt auf jeden Fall rein. Und das können wir auch noch hier. Vor allen Dingen. So, nämlich. So. 390 von 1500. Okay. Dann hier. Was nehmen wir da? Den haben wir drin, ne? Ne, den haben wir nicht drin, ne? Ah, stimmt. Bei Skelett muss man auf Panzerung gehen. Habe ich vergessen. Hätte ich vielleicht mal drauf achten sollen. Äh. Den haben wir drin, ne? Dann lassen wir das alles erstmal. So, hier. Smarter Link. Minus 30 Rückschuss, minus 20 Streuung. Oh, hallo. Der kommt rein. Möglicherweise backt das ein bisschen. Da geht noch mehr als 1100 rein gerade. So, smarter Link. Haben wir drinne. Was macht das hier? Stoßdämpfer. Wir brauchen... Problem ist, wir brauchen Smart Link. Deswegen können wir nicht mehr viel machen. Das tut mir leid. So, wir fangen mal von rechts an. Dann brauchen wir als erstes mal den hier ein. Ah Mist, warte. Ich gehe nochmal kurz zurück. Wir können nämlich hier noch. Wichtig. So. Jetzt können wir weiter gucken. Den hier können wir auch direkt mal... So. Dann können wir den nächsten mal einbauen. Den hier zum Beispiel. Das haben wir hier noch. Da bauen wir den hier natürlich ein. So. Zack. Christloff. Chrysler-Lauf. Hahaha. Ah, eine Witzjagd den nächsten. Okay. Die beiden hier würde ich auf jeden Fall gerne haben. Hier kommt dann der hier rein. So. Ähm. Ähm. Hier gucken wir mal. Hier weiter. Plus 100% Gesundheit, weil Gesundheit auf Null sinkt. Oh, hallo. Zweites Herz. Okay. Ach ja, das ist der gleiche. Guck. Und tauschen wir mal. Und tauschen wir mal. Und tauschen wir das einmal. So. Integomentsystem finde ich gut, wie er es beschrieben ist. So. Ähm. Hier bauen wir zuerst einmal den hier ein. Muss zwischendurch auch mal sein, oder? Muss ich ein bisschen Cyberware machen. Es tut mir leid. Für die Leute, die es nicht interessiert, die können ja gerne vorspulen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Danach bauen wir natürlich den hier ein. So, und dann gucken wir mal hier. Ähm. Was haben wir hier Schönes? Äh. Ha, 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 ha. Interessant, interessant. Schmerz-Editor, Schmerz-Editor, okay. So, und dann zum Schluss noch die Beinchen. Was ist das hier? Leeroy Ligamentsystem. Fällt mir. Plus 18% Bewegungstempo, okay. Leuchtpfoten, was denn das? Ja. Steckt ist es in... Die haben wir drinnen. Ja, schnelleres Bewegungstempo, ganz ehrlich, ist mir egal. Das Ding bereitet mir noch so ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Oh, guck mal hier. Besterpreis in Doctown. Cyberverstörung, Granatenzündung, überhitzen, Verstärkung rufen. Ich würde die vier Dinger gerne mal einbauen, allein um sie zu haben. What? Granatenzündung? Granat... Ah, okay. Ablegen, warte. Ähm. Besterpreis in Doctown. Pass auf, ich schmeiß mal kurz alle raus. So. Sortierung. Ja, Standard von mir aus. Und dann bauen wir erstmal alle... Frisch geklaute Splitter! Dann bauen wir die hier erstmal alle ein. So, damit wir die alle schon mal haben. Dann gucken wir hier, Cyberpsychose, Granatenzündung. Granatenzündung brauchen wir zum Beispiel nicht. Selbstmord will ich auf jeden Fall haben. Synapsenburnout will ich auch haben. Okay. Ähm. Scheiß auf Konzerne! Kauf bei Ronald! Ronny! Der Runster! Ernsthaft? Dann nehmen wir noch den. Scheiß auf Konzerne! Kauf bei Ronald! Überhitzen haben wir noch nicht, ne? Doch, überhitzen haben wir. Verstärkung rufen, überhitzen, Granatenzündung und... Granatenzündung. Dann packen wir Ping rein. So. Gesundheit ist das Wichtigste! Ronald hat die Nürnke gespürt. So. So sehen wir gerade aus. Das Ding hier ist weg. Gefällt mir. Ähm. Arme können wir nichts mehr machen. Ich gucke mal nur so ein bisschen rein hier. Überall. Parabellum. Das macht weniger Rüstung. Das macht auch weniger Rüstung. Das macht auch noch weniger. Okay. Dann können wir da auch nichts mehr machen. Wir haben auch ziemlich geile Sachen bis jetzt schon drin. Ohne das. Da kann man nichts sagen. Das einzige... Wollen wir die hier einbauen? Kritische Trefferchance um 30%. Das ist halt schon geil. Komm. Ich baue die ein. Das hier... Können wir hier noch irgendwas? Ne. Dann würde ich sagen, das passt erst mal. Hier ist das. Hat ein bisschen gekostet, glaube ich. So. Wir sind rät, die ich behaupten. So. Warte. Das bringt eigentlich überhaupt nichts, jetzt da hinzureisen. Aber ich mache es einfach. Aber wir es können. Und weil es einigermaßen schnell geht. Hier auf dem Rechner. So. Da ist es. Warte, wir haben es auf dem Telefon. Alex. Ich kümmere dich gut um, Herr Majesty. Eine zuverlässige Knarre gibt es nicht. Sie hat mir schon etliche Male den Arsch gerettet. Wäre doch schade, wenn sie nichts mehr zu tun hätte. Ich kümmere mich gut um sie. Ähm. Oh, ich will einfach. Hm. Mann, ich will doch nur die Mission machen. Oh, Junge. Ernsthaft? Hm. So. Äh. Ach, stimmt. Warte. Wir haben ja mal was Neues. Ich rüste die mal aus. So. Scheiß mal auf die Dinger. Oh, warte. Die hat einen Schalldämpfer drauf, ne? Ja. Finde ich eine gute Auswahl. Da haben wir zwar keinen Katana mehr, aber ist mir egal. So. Dann machen wir mal weiter. Schöne maximale Gesundheit haben wir übrigens gerade. Gefällt mir. Hallo. Warte mal. Ich will das eigentlich mal machen. So. Muss ich nennen? Hier rein? Hä? Ah, hier runter. Warte. Hallo? Nein. Das ist ein kranker Zoom, Alter, jetzt. So. Was für ein Sau-Stall. Okay. So. Taucheranzug. Ist mir sicher hier drin, ne? Da ist er. Okay. Dann würde ich sagen... Ich bin im Wasser. Gut. Such einen Weg zur anderen Seite. Ich erkunde bis dahin die Gegend ums Hotel. Hanson hat bestimmt die Tunnel fluten lassen. Haben wahrscheinlich nicht genug Leute, um alle Eingänge zu bewachen. Lücke ab. Ich habe eine Lücke in ihrer Abwehr gefunden. Sollte gleich drin sein. Out. Sehr gut. Gut. Gut, dass ich keine Platzangst habe. Mhm. Verständlich. Bisschen vorsichtig sein hier. Ich habe jetzt die Patrouillenrouten im Kopf. Kann mir ungesehen meinen Weg bahnen. Geil. Dann einmal hier durch. Und dann einmal hier durch. Schon mal hier hoch, ne? Da ist Strom. Ah, guck mal. Hier geht's weiter. Da sehen wir doch schon den nächsten. Aber... Hä? Jetzt müssen wir da oben hin. Hä? Muss ich das verstehen? Oder... Ah, hier. Ja, 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 ja. Was ist das da? Ah, ist eine Tür. Das ist nix. Das ist nix. Ich glaube, die hoch. Nee. Äh. Schon erkannt. Warte. 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 Ah. So. Einmal hier hoch. Well. Okay, bin am Außenposten vorbei. Nähere mich dem Lagerhaustor. Ja. Okay, warte. Gibt es hier einen? Ne. Ah. Doch so einfach. Blind. Er ist blind. Blind Eastwood. Äh, warte, das wollte ich nicht. Ich wollte hier. Ich wollte einmal so machen. Geht nicht. Deut' ich auf meiner Liste. B, noch da? Klar. Bin am Tor zum Lagerhaus. Du musst das Gebiet sichern und das Tor von innen öffnen. mhm. Warte. Äh. Das. Es ist nur noch einer hier. Oh, warte. Ich glaube. Nee, doch nicht. Wieso kann ich dieses Scheißding nicht ausziehen? Voll behindert, ey. Da ist er. Hm. So, jetzt rede ich wieder normal. Hätte ich auch schon die ganze Zeit machen können, aber gut. Ähm. Ach, Entschuldigung. Äh, weiter geht's. Wir sollen mal eigentlich gerade keine Ausdauer mehr. Ah, das juckt. Ah. So. Hat der was Geiles dabei? Item-Komponenten, geil. Die nehme ich mit. Verlinken. Äh, verlinken. Hallo. Wechsel zwischen den Kameras, um Read im Auge zu behalten. Okay. Ähm, nächstes Gerät Nummer 3. Aber das muss geliefert werden, June. Die sind gerade erst gespawnt, ne? Habt auch gesehen. Aber nicht hier. Nur für VIPs, okay? Irgendwas von Interesse gesehen? Also, wo soll ich dann... Da ist er. Ach, da bist du ja. Wie sieht's aus? Ein Tor. Zwei Wachen. Um die kümmere ich mich. Mach mir nur das Tor auf. Okay. 1C, 1C. Gucken wir, wie er es macht. Ernsthaft? Als ob das keiner sieht. Ach. Wie kann man denn hier aus dem Scanner raus? Ach, das macht er automatisch. Okay. Ähm, wo muss ich hin? Da. Äh. Höh. Höhöh. Moin. Ähm. Deck die Verwundeten, verdammt! Nachladen. Uiuiui. Kann irgendwas geiles dabei. Geldsplitter. 9000, nehm ich. Der andere Typ. Da hab ich noch nicht nachgeschaut. Wo ist denn der? Ähm. Hier. Cyberware-Kapazitätssplitter. Ach, guck mal. Jetzt finden wir den allerersten. Lassen wir direkt lernen. Raum hat zwar nicht mehr, aber egal. Die Waffen wegstecken eigentlich nochmal. B. Aufgepasst. Wir sind jetzt in der Wolfshöhle. Hast du Angst vor ihm? Henson. Der Mann hat in N-USA und Night City mehrfach den Mittelfinger gezeigt. Dafür sollte er schon seit Jahren tot sein. Stattdessen gehört ihm ein ganzer Bezirk. Also hast du Angst. Das ist Henson's Revier. Er hat hier die Oberhand. Das ist einfach eine Tatsache. Geht mir deshalb der Arsch aufgrund aus? Bestimmt nicht. Okay, such dir einen Ort, von dem aus du mich sehen kannst. Neutralisiere alle Bedrohungen. Ab jetzt ruhig. Okay, Funkverbot. Scharfschütze. Erstmal auflavetiert. Sehr geil. Okay. Ich hab den Scharfschützen erledigt. Bin bei seinem Nest. Perfekte Sicht. Ich seh alles. Gib mir Deckung. Du bist in bester Jagdposition. Neuer Benutzer entdeckt. Kalibrierung läuft. Feuermodus inaktiv. Binnenpust. Hab dich. Und was jetzt? Wir machen das schön still und leise. Klar. Wenn du Wachen vor mir siehst, gib mir Bescheid. Keine Sorge, Boss. So notert das Gewehr ein Schalldämpfer. Ich seh mich besser um. Mine. Gleich um die Ecke. Gut gesehen. Wär mir nicht aufgefallen. Noch was? Ach. Das sind einige Wachen auf dem Weg vor dir. Verstanden. Wir erledigen sie nacheinander. Müssen nicht wissen, dass wir hier waren. Die Jungs haben letzte Nacht wieder den Trottel mit der Spraydose erwischt. Ich seh den Hauptaufzugsschacht. Zu riskant. Oben werden Wachen sein. Aber behalte den im Blick. Okay. Ich seh den Haufen Container. Über die könnte ich zu dir kommen. Ja, ich seh sie auch. Ich baue dir ne Brücke. In der Nähe ist ein Wartungsaufzug. Mit dem fahren wir hoch. Aber erstmal muss ich hinkommen. Gib mir Deckung. Kalibrierung abgeschlossen. Feuermodus aktiviert. Geil. Vergesst nicht. Der Gang ist vermint. Sonst ist die Luft. Verstanden. Ich geh weiter. Entschärft. Gute Arbeit. Ich seh nichts. Ist um die Ecke irgendwas? Kann ich weiter? Ich kann nicht antworten. Kann ich nicht einfach zack zack? Ist doch ein Schalldämpfer. Das hast du eben schon mal gesagt. Du hast wiedergefunkt. Du Held. Ich geh weiter. Was ist das? Achso, ich muss mir erstmal hier auf Dingen schalten. Oh. Ah, der ist aus. Alles gut. Bewegungssensor. Kann ich nicht umgehen. Kümmere dich drum. Okay. Bin dran. Hallo. Warte. Zoom doch. Ich seh einen Generator. Schalt ihn ab. Sensor ausgeschaltet. Sehr gut. Weiter geht's. Warte. Minenkiste geil. Geil. Untertitelung des ZDF, 2020